Grüß euch! Und so einem herrlichen Tag wie heute im Sommer, darf ich euch wieder einmal an für unsere neuesten Kreationen vorstellen, nämlich den Basilikum-Spritzer. Dafür nehme ich erstens 14 Kilitern mit diesem Basilikum-Paziton-Lecher, als nächstes jeweils ein Ackern von Leißwein, in unserer Falle meine Weltspießung, sowie ein Ackern von Prekos-Mineralas, um einen konstanten Geschmack beizubehalten. Ich vermelche das Ganze und füge für das Auge jeweils eine Zitrone und eine Orange, sowie Basilikum dazu. Und natürlich für die Frische ein paar Eiswürgen. Bitte sehr! Ich bin Dad